Die Hypnobirthing Regenbogenentspannung wird dir dabei helfen, deine Ängste, deine Sorgen, deine Blockaden zu lösen und den Stress des Alltags hinter dir zu lassen. Während der Schwangerschaft können Ängste, Sorgen und Stress auftreten, die die Geburtserfahrung und das Wohlbefinden von Mutter und Kind beeinträchtigen können. Die Hypnobirthing Regenbogenentspannung wird dir dabei helfen, genau diese Ängste und Sorgen abzubauen und eine positive Einstellung gegenüber deiner kommenden Geburt zu entwickeln. Sie wird dir helfen, deine körperlichen Empfindungen während einer Welle besser wahrzunehmen und diese besser zu bewältigen. Durch die Entspannungstechniken und Visualisierungen, die in der Hypnobirthing Regenbogenentspannung verwendet werden, lernst du dich auf deine Atmung zu konzentrieren, dich vollkommen zu entspannen und deinem Körper zu vertrauen. Dies wird dir helfen, Schmerzen und Unwohlsein während der Geburt zu lindern und Selbstbewusstsein für deine kommende Geburt aufzubauen. Diese Meditation wird dir außerdem dabei helfen, eine tiefere Verbindung zwischen dir und deinem Baby aufzubauen, indem du lernst, dich auf deine innere Weisheit und Intuition zu konzentrieren. Du bereitest dich auf eine positive Geburtserfahrung vor, die dir und deinem Baby einen liebevollen und friedlichen Start in diese Welt ermöglicht. Du kannst die Regenbogenentspannung am Tag nebenbei wie ein Radio, das im Hintergrund vor sich hin plätschert hören. Du kannst dir aber auch eine ganz bewusste Auszeit gönnen, dich tagsüber hinlegen oder hinsetzen oder die Regenbogenentspannung sogar zum Einschlafen hören. Selbst wenn du schläfst, erzielt die Regenbogenentspannung unbewusst ihre wunderbare Wirkung. Und dies zu wissen ist besonders nützlich, wenn du möglicherweise noch nie mit dieser Art von Entspannung gearbeitet hast oder wenn du zunächst noch skeptisch bist oder wenn du unsicher bist, weil du nach dem Hören das Gefühl hast, dass du gar nicht alles mitbekommen hast. Ich kann dir mit sehr gutem Gewissen sagen, dass du sicher alles mitbekommen wirst. Dein Unterbewusstsein nimmt sich immer das, was es gerade braucht. Über kurz oder lang wirst du so eine positivere Denkweise entwickeln und die Wahrheit dieser Regenbogenentspannung wird ein Teil deiner Realität. Wenn du dir die Hypnobirthing-Regenbogenentspannung anhörst, ist es wichtig, dich hierbei zu nichts zu zwingen. Wenn du ein Wort, einen Satz oder eine Passage nicht magst, wenn irgendetwas einfach nicht zu dir und deiner Lebenssituation passt, dann kannst du sie auch neutral aussprechen, umformulieren oder gedanklich streichen. Gestalte dir alles so, wie es für dich stimmig ist, wie es sich für dich richtig anfühlt. Das ist das Allerwichtigste. Du bestimmst. Du weißt, was du brauchst und was du nicht brauchst. Vertraue dir. Höre die Regenbogenentspannung mindestens 30 Tage am Stück an, am besten während deiner gesamten Schwangerschaft und beginne gerne so früh wie möglich. Höre diese immer wieder und wieder. Du wirst spüren, wie sich dein Leben verändert, wie du optimistischer wirst, wie du selbstbewusster wirst, wie du immer klarer und klarer wirst. Mein Name ist Stefanie Heim und schon geht es los. Erlaube dir jetzt selbst, es dir einmal so bequem zu machen, wie du nur willst. Schließe deine Augen. Schließe deine Augen und atme einmal tief durch. Und höre jetzt dem Klang meiner Stimme zu. Und während du ruhig dem Klang meiner Stimme zuhörst, konzentriere dich auf deine Atmung. Atme ruhig und gleichmäßig, so wie du atmen würdest, wenn du schläfst oder dich vorbereiten würdest, zu schlafen. Sehr gut. Und von Mal zu Mal wirst du immer tiefer und tiefer gehen, in die absolute Ruhe und Entspannung. Ganz zu dir, ganz zu deinem Kind. Und genau mit dieser Ruhe und Entspannung bereitest du deinen Körper vor. Du bereitest deinen Körper vor, am Tag der Geburt deines Kindes mit genau dieser tiefen Ruhe und Entspannung zu reagieren, die du jetzt so deutlich wahrnehmen kannst. Falls du im Laufe der Regenbogenentspannung ein Wort, einen Satz oder ein Bild wahrnimmst, das du lieber ändern würdest, dann kannst du das jederzeit tun. Bleib bei dir. Bleib bei dem, was dir gut tut. Und verändere alles so, wie es für dich passend ist. Ob ein Wort, ein Satz oder auch ein Bild. Du bist diejenige, die bestimmt. Und dann spür einmal in deinen Körper rein. Fühl einmal, wie dein Körper sich immer mehr entspannt und wie dein Geist immer ruhiger wird. Und dann stell dir einmal einen Ort in der Natur vor, an dem du dich sicher und geborgen fühlst. Über dir ist ein klarer blauer Himmel und die Sonne scheint dir warm auf dein Gesicht. Und auf einmal erscheint über dir dieser Regenbogen, dieser wunderschöne Regenbogen mit all seinen leuchtenden Farben. Konzentriere dich auf den Regenbogen. Stell dir vor, wie du dich auf diesen Regenbogen legst. Spüre, wie die Farben dich umhüllen, wie eine kuschelige Decke und mit Energie und Ruhe versorgen. Jede dieser wunderschönen Farben schwingt mit der Energie in die Harmonie. In Harmonie mit der Erde. In Harmonie mit deinem Körper. Und so siehst du jetzt den wunderbaren, violettfarbenen Nebel. Du kannst ihn spüren und du nimmst ihn wahr, so gut, wie du gerade kannst. Und so findet er seinen Weg in deinen oberen Kopf. Alle Tore öffnen sich. Dein oberer Kopf wird ganz frei. Er hilft dir zu vertrauen. Er hilft dir, alle Zweifel loszulassen. Und du? Du wirst immer klarer und klarer. Deine Gedanken werden immer klarer und klarer. Du bist erfüllt von Glück, Zuversicht, Vertrauen, Vorfreude und Weisheit. Nimm die Energie des violettfarbenen Nebels genau wahr. Du bist verbunden mit dir und deinem Kind. Du bist geborgen. Du wirst getragen. Du kannst loslassen. Und nun siehst du den wunderbaren, blauen Nebel. Nimm auch den blauen Nebel einmal so gut wahr, wie du gerade kannst. Und spür den blauen Nebel. Und ganz egal, wie du den blauen Nebel wahrnimmst, lass es einfach so geschehen, wie dein Unterbewusstsein es gestaltet. Und vielleicht wandelt er sich mit der Zeit und wird immer intensiver. Beobachte. Beobachte ganz neutral. Und so findet der blaue Nebel seinen Weg zu deinem Hals. Alle Tore öffnen sich. Dein Hals wird ganz frei. Der blaue Nebel hilft dir, alle Anspannungen loszulassen. Alle Anspannungen aufzulösen. Mit dem blauen Nebel findest du deine Stimme wieder. Der blaue Nebel hilft dir, deine Stimme zu erheben, deine Meinung zu sagen, Fragen zu stellen, wann immer du möchtest. Und wann immer es für dich richtig und wichtig ist. Mit ganz viel Zuversicht wirst du über deine Wünsche für die Geburt sprechen können. Du wirst sehr klar formulieren können, was du dir vorstellst, was du möchtest und was du nicht möchtest. Und genau so wirst du kommunizieren können, wo du kompromissbereit bist. Der blaue Nebel verbindet dich mit deinem Kind. Dein Kind und du, ihr verbindet euch. Du bist die Fürsprecherin für dein Kind. Dein Körper ist vollkommen entspannt. Du wirst vollkommen in dir und du bist in vollkommener Harmonie. Dieses neue Gefühl der inneren Gelassenheit breitet sich in jeder Zelle, in jedem Muskel deines Körpers aus. Und so siehst du jetzt den grünen Nebel. Du kannst den grünen Nebel spüren. Du nimmst ihn wahr. Lass den grünen Nebel seinen Weg finden. Nimm ihn wahr. Atme einmal tief ein. Und wieder aus, während dieser grünen Nebel dich sanft umhüllt. Und dieser grüne Nebel, der findet seinen Weg zu deinem Herzen. Alle Tore öffnen sich. Dein Herz wird ganz frei. Dein Brustkorb öffnet sich. Der grünen Nebel gibt dir das Gefühl von Wärme, Liebe und Geborgenheit. Dein Herz öffnet sich. Dein Herz öffnet sich für die Liebe zu deinem Kind. Und du spürst diese Liebe ganz tief in dir. Und du fühlst, wie diese tiefe Liebe zu deinem Baby immer stärker und stärker wird. Der grüne Nebel trägt dich. Er gibt dir Energie. Denn grün ist die Farbe des Neubeginns, des Frühlings, der Geburt. Und die Natur schenkt immer wieder aufs neue Leben. Und so wirst auch du, dein Körper, leicht und natürlich neues Leben schenken. Du bist erfüllt von Liebe und Geborgenheit. Von Energie eines liebenden Herzens. Du bist im Einklang mit der Natur. Und du gehst immer tiefer und tiefer in die Entspannung. Du bist ganz bei dir. Und jetzt, jetzt spürst du den gelben Nebel. Du kannst den gelben Nebel spüren. Du nimmst ihn wahr. Und nimm auch hier einmal einen tiefen, langen Atemzug, während dieser gelben Nebel dich umhüllt. Und lass ihn sich seinen Weg finden. Vertraue. Ganz egal, wie du den gelben Nebel wahrnimmst, lass es einfach so geschehen, wie dein Unterbewusstsein es gestaltet. Nimm einfach mal wahr. Nimm wahr, wie der gelbe Nebel mit der Zeit vielleicht auch ein wenig intensiver wird. Wie er sich wandelt. Und er findet seinen Weg zur Mitte deines Körpers, zu deinem Magen, zu deinem Solaplexus. Und die Mitte deines Körpers wird ganz frei. Die Mitte deines Körpers öffnet sich. Der gelbe Nebel gibt dir das Gefühl von ganz tiefem Vertrauen in deinen Körper. Und dir wird bewusst, wie wichtig es ist, dass du dich gut und gesund ernährst. Und dass du auf biologische und nährstoffreiche Lebensmittel achtest, dir nimmst, was du brauchst. Für dich und für dein Kind. Du bist sehr klar. Du weißt genau, was dir und deinem Kind gut tut. Du wirst dir immer mehr dessen bewusst, wie positiv sich die Art und Weise, wie du dich ernährst, auf den Verlauf der Geburt auswirken wird. Und das ist so beruhigend zu wissen. Dein Körper und dein Gemüt sind in vollkommener Harmonie. Sie arbeiten zu deinem Wohl zusammen. Und so siehst du nun diesen wunderbaren, orangefarbenen Nebel. Nimm den orangefarbenen Nebel einmal wahr. Und lass ihn sich seinen Weg finden. Und er findet seinen Weg zu deinem Bauch, zu deinem unteren Bauch. Dein unterer Bauch wird ganz frei. Alle Tore öffnen sich. Der orangefarbenen Nebel bringt dir Entspannung. Mit dem orangefarbenen Nebel entspannt sich dein Unterleib, deine Gebärmutter, deine Fortpflanzungsorgane. Dein gesamter Unterleib ist völlig entspannt. Wie ein Schwamm saugt dein Körper die Entspannung auf. Und du spürst die Ruhe und den Frieden ganz tief in dir. Jeder Muskel, jeder Nerv, jede Zelle in deinem Unterleib, in deinem ganzen Beckenbereich entspannt sich. Jeder Muskel, jeder Nerv, jede Zelle in deinem Unterleib, in deinem ganzen Beckenbereich entspannt sich. Während der orangefarbene Nebel durch dich fließt. Und du gehst immer tiefer und tiefer. Und so siehst du jetzt den wunderbaren roten Nebel. Spür den roten Nebel. Nimm den roten Nebel wahr. Der roten Nebel findet seinen Weg zu deinem Beckenboden. Beobachte ganz neutral, wie sich der roten Nebel mit der Zeit vielleicht auch ein wenig wandelt. Und wie sich alle Tore öffnen. Und wie sich dein Beckenboden entspannt. Der rote Nebel hilft dir, loszulassen. Spüre dieses tiefe Loslassen. Nimm wahr, wie sich dein Körper immer mehr entspannt. Und wie sich diese Entspannung immer weiter und weiter in dir ausbreitet. Dein Körper arbeitet für dich und mit dir. Du fühlst dich vollkommen wohl, sicher und geborgen. Beschützt. Du bist tief verwurzelt. Du bist im Einklang mit dir selbst. Du nimmst die Liebe, die von diesem roten Nebel ausgeht, wahr. Und du fühlst die Kraft des Lebens, die er mitbringt. Wahrheit und Vertrauen. Der rote Nebel wird dir helfen, ein besseres Gefühl für die entscheidenden Wahrheiten zu bekommen. Du wirst für dich erfahren, dass die Geburt natürlich, normal und gesund ist. Du trägst dein Kind. Du hast Vertrauen in deinen Körper. Und du bist offen für alles, was da kommt. Dein Körper ist für die Schwangerschaft und für die Geburt gemacht. Der Körper der Frau ist für die Schwangerschaft und die Geburt gemacht. Und der Körper deines Kindes ist dafür gemacht, geboren zu werden. Du bist im Einklang mit der Natur, voller Kraft und tief verwurzelt. Vertraue. Vertraue dir. Vertraue der Natur. Spüre jetzt, wie jede Farbe dich von innen heraus mit ihrer Energie auflädt und dich mit neuer Kraft und Lebensfreude erfüllt. Lass dich von deinem Regenbogen tragen und genieße die Entspannung. Genieße die Ruhe und genieße die Geborgenheit, die er dir schenkt. Nimm diesen Frieden wahr. Und werde dir von Tag zu Tag immer mehr bewusst, dass dein Körper für die Schwangerschaft und Geburt gemacht ist. Dein Körper, dein Geist und auch dein Gemüt arbeiten zusammen. Die Farben, die Farben des Regenbogens durchdringen dich. Zuversicht, Ruhe und Vertrauen werden von Tag zu Tag größer und stärker. Immer größer und größer. Deine Intuition teilt dir genau mit, was du brauchst, was dein Kind braucht. Und so lässt du dich leiten von deinem Instinkt, der dir sagt, dass du dein Kind friedlich und entspannt auf die Welt bringen wirst, so wie es der Natur entspricht. Und so ist es jetzt Zeit, wieder hier in dieses Zimmer zurückzukehren. Wenn du dich jetzt in einen natürlichen Schlaf gleiten lassen willst, überhöre einfach, was ich als nächstes zu dir sage. Bleib in deiner Ruhe oder geh über in einen tiefen und erholsamen Nachtschlaf. Um aber ganz wach zu werden und mit deinen Tages- oder Abendbeschäftigungen fortzufahren, werde dir nun einfach deiner Umgebung wieder bewusst und fühle, wie die Energie langsam in deinen Körper zurückströmt. Spüre, wie dein Blutdruck, deine Atmung und auch dein Puls, wie dir ihre normalen Wachwerte einnehmen. Fühle, wie die Energie in deinen Körper zurückkommt. Und dann fang einmal an, deine Hände zu bewegen. Fang an, deine Hände zu bewegen und auch deine Füße. Fang an, deine Hände und deine Füße zu bewegen. Sehr gut. Werde dir auch wieder deiner Umgebung bewusst. Nimm den Raum wahr, in dem du gerade bist. Und dann bist du jetzt wieder vollkommen wach, voller Energie, geistig ruhig und voller Frieden. Du fühlst dich gesünder denn je und du bist voller Vorfreude, dadurch dich auf die Geburt deines Kindes vorbereitest. Und jetzt, jetzt bist du vollkommen wach, voller Energie, geistig ruhig und voller Frieden. Öffne jetzt langsam deine Augen. Nimm deine Umgebung wahr. Du fühlst dich großartig. Du hast Vertrauen. Das war meine Hypno-Birthing-Regenbogenentspannung für dich. Du kannst diesen Zustand der Entspannung und Ruhe jederzeit wieder erreichen, indem du am besten täglich die Regenbogenentspannung hörst. Für die allermeisten ist es am einfachsten, die Regenbogenentspannung zum Einschlafen zu hören. Mach es dir also so einfach wie möglich. Und denke daran, meinen Kanal auch zu abonnieren. Dich kostet das nur diesen einen Klick, sonst nichts. Aber mir, mir hilfst du damit sehr, denn ich möchte noch viel, viel mehr Frauen erreichen und ihnen helfen. Mit dem Klick auf den Abonnieren-Button hilfst du also nicht nur mir, sondern auch anderen Frauen. In der Infobox findest du außerdem den Link zu meinem Hypno-Birthing-Online-Kurs Schnupperzugang. Hier bekommst du für 0 Euro einen 14-tägigen Schnupperzugang, mit dem du die Möglichkeit hast, die Methode kennenzulernen, die mich zu der Person gemacht hat, die ich heute bin. Sie wird dich enorm vorwärts bringen. Sie wird dir überraschende Wege öffnen. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Deine Stefanie Deine Stefanie